Musik Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder sind weiter durch die soziale Herkunft bestimmt. Armut und Bildung werden in der Regel vererbt. 372.000 Kinder und Jugendliche in Österreich können ihre Potenziale daher nur eingeschränkt entfalten. Die Corona-Krise hat diese Ungleichheiten erstmals für eine breite Öffentlichkeit sichtbar gemacht, hat diese aber auch weiter verstärkt. Nochmal vielen, vielen Dank, damit dürfen wir Sie schon begrüßen, dass Sie gekommen sind, weil es uns heute wirklich ein ganz besonderes Anliegen ist und wir Sie wirklich als Unterstützung brauchen. Heute ist der Tag der Familie, es ist ein internationaler Tag der Familie, der seit langer Zeit schon begangen wird, wo man die Familie in den Mittelpunkt stellt, wo es darum geht, wie geht es den Familien, welche Aktivitäten setzen Familien, was braucht Familie, damit Familie auch existieren kann. Nur müssen wir heuer leider auch, was das Burgenlandamt belangt, den Tag der Familie als Volkshilfe im Zeichen der Kinderarmut sehen. Warum dazu komme ich gleich, ich darf Ihnen vielleicht nur kurz die Damen in mir vorstellen. Die Frau Nicole Stangl wird dann auch sagen, ihre Ausbildungswege, auf alle Fälle, sie ist im Südburgenland die Leiterin der Familienbetreuerinnen und Betreuer, die wir im Südburgenland angestellt haben, die über Auftrag des Landes arbeiten und die natürlich jeden Tag mittendrin ist und leider zur Zeit genauso wie ich oder ich darf Ihnen dann die anderen Mitarbeiter vorstellen seitens der Volkshilfe, wo wir wirklich jeden Tag mit Schicksalen konfrontiert sind, die es immer gegeben hat, aber die natürlich jetzt ganz besonders dramatisch werden. Und heute diese Pressekonferenz, gerade im Südburgenland und nicht in Eisenstadt, weil es darum geht, dass wir wirklich Spendengelder brauchen. Warum und wieso, darf ich Ihnen dann danach noch erklären. Die weitere Mitarbeiterassistenz der Geschäftsführung ist der Herr Patrick Ober, der sich sozusagen zwischen Eisenstadt und Südburgenland aufteilt und hier einige Tage in Eisenstadt arbeitet und einige Tage im Südburgenland dann auf unsere verschiedenen Stützpunkte schaut. Tobias Siegel ist ja schon länger bei uns dabei. Uns ist es immer wichtig, auch junge Menschen zu beschäftigen. Er arbeitet auch in allen drei Bezirken eigentlich und arbeitet manchmal auch in Eisenstadt aussehensweise. Unser Praktikant, der uns jetzt für drei Monate begleitet, ist der Herr Manuel Fritz, das ist der Herr im grünen Pullover. Wir versuchen also, und deswegen stelle ich alle immer wieder vor, auch im Südburgenland und uns fünf zeichnet aus, außer mich, ich kriege nichts Geld, aber alle anderen Gott sei Dank schon, dass wir über die Volkshilfe auch Menschen immer wieder in Beschäftigung bringen. Und beispielsweise haben wir auch alle südburgenländischen, aber insgesamt alle burgenländischen Stützpunkte heuer wieder knallvoll mit Praktikanten und Praktikantinnen. Warum? Weil die, weil vieles zu ist, sehr viele Absagen kriegen und wir uns halt nach Leistbarkeit schauen, dass wir die irgendwo auffangen und schauen, dass die auch ihre Praxis, teilweise auch Pflichtpraktika, die sie brauchen, damit wir da unterstützen können. Wie schaut es aus? Insgesamt mit der Volkshilfe, Sie wissen, dass wir im Burgenland circa 220, das ändert sich bei uns wirklich schnell. Wir suchen jetzt schon wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ändert nach wie vor mehr als die Hälfte im Südburgenland beschäftigen, was uns allen sehr wichtig ist. Aber wir sind natürlich auch von der Corona-Krise mittendrin. Wir mussten für einige Zeit auch 34 Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit schicken. Teilweise holen wir sie schon wieder zurück, weil wir beispielsweise die Schatzgrube in Großpetersdorf schließen mussten, weil unsere Mitarbeiterinnen, so wie beispielsweise auch die Frau Stangl, ja nicht in die Familien gehen dürfen zu dieser Zeit. Und damit mussten wir auch einige auf Kurzarbeit schicken. Aber wie gesagt, wir haben sie zum Großteil schon wieder rückgeholt und sind beim Rückholen. Wir haben, Sie wissen, zwei sozialökonomische Betriebe im Südburgenland. Das ist die Schatzgrube und Mamas Küche. Und wir werden sie in einigen Wochen wieder in die Schatzgrube einladen, weil wir schon wieder eine Ausweitung haben. Und das ist ein sehr, gerade in Corona-Zeiten, ein sehr wichtiges Projekt ist, wo wir Gott sei Dank wieder aufsperren konnten, weil gerade in diesen Zeiten es wichtig ist, günstig einzukaufen. Günstigst. Ich habe ja selber geschaut, um 12 Euro die Einkleidung eines kleinen Kindes für viele Wochen. Das kriegst du nirgends. Das waren elf Stück. Und das muss man einmal haben. Und wir haben uns daher entschieden, einen weiteren Schritt zu gehen. Aber den würde ich gerne in circa drei Wochen vorstellen. Mamas Küche haben wir leider müssen zum Teil reduzieren. Jetzt fahren wir dann wieder auf. Die Schatzgrube haben wir schon aufgesperrt. Wir beschäftigen in der HKB, in der Hauskrankenpflege, Leute. Nämlich konkret 71. Wir sind in der Menzbetreuung, wo wir auch zurückgefahren haben müssen. Ich sage Ihnen jetzt nur die südburgenländischen Zahlen. Wir beschäftigen 71 Frauen im Südburgenland in der Hauskrankenpflege. Wir beschäftigen eine Dame in der Demenz für Südburgenland. 13 im Südburgenland für alle drei Bezirke in der Familienbetreuung. Wir beschäftigen bei Mamas Küche insgesamt 35 Menschen. In der Schatzgrube 11. Aber ich würde sagen, ich schicke Ihnen einfach meine Redeunterlage. Und im Netzwerkkind drei im Südburgenland. Also Sie sehen eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir im Südburgenland gut beschäftigen können. Sie werden jetzt sagen, alles können wir, aber nicht, wer ein Kind, was ist denn das? Dazu darf ich Ihnen kurz erklären. Diese drei Mitarbeiterinnen im Südburgenland und im ganzen Burgenland haben wir natürlich mehr. Wir haben einen Auftrag vom Bund und vom Land, hier auf Familien zu schauen, die wir von der Schwangerschaft her schon begleiten. Die kriegen wir über die Jugendwohlfahrt oder sie können sich bei uns freiwillig melden, vorher schon, wo es schon in der Schwangerschaft klar ist, es wird Probleme geben, nicht in der Schwangerschaft, die kann es auch geben, aber es wird Probleme geben, wie, wo wohne ich mit dem Kind, wie kann ich die Miete bezahlen, Vater nicht vorhanden, Vater arbeitslos oder selbst große Probleme. Die begleiten wir, damit wirklich Familie es Familien wird. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir da präventiv arbeiten, schon während der Schwangerschaft. Man kann sich dazu, das O ist anonym, eh klar, man kann sich einfach bei der Volkshilfe melden und sagen, ich brauche Begleitung. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil vieles verhindert werden kann, wenn man vor Haus aus schaut und diese Familiennetzwerk, Kind, wie das Projekt heißt, die gibt es eben, das Projekt gibt es auch im Südburgenland, die kann ich empfehlen, ohne Scheu und anonym sich einfach, also bleibt anonym, sich bei uns da zu melden. Ja, wir sind als Volkshilfe, also nicht jetzt nur soziale Organisation, gemeinnützig natürlich. Wir machen keine Gewinne, wir dürfen sie auch nicht machen, wir wollen sie auch nicht machen, aber natürlich ist es immer wichtig, genug Polster zu haben für Spenden. Und wir sind es gewohnt, dass wir ein soziales Netzwerk sind, also weit mehr als nur Hauskrankenpflege oder Arbeitsplätze schaffen, sondern eine soziale Drehscheibe, eine soziale Organisation, da sind wir schon seit 1953 im Burgenland. Und dass wir immer mehr wachsen und auch immer mehr Beschäftigte in Burgenland, die einen Arbeitsplatz schaffen können, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Aber, wie gesagt, das soziale Gedanke möchte ich nicht missen und das ist uns allen wichtig. Die Volkshilfe Burgenland, also mit diesem Netzwerk Kind, von der Schwangerschaft begonnen bis zu den ältesten Menschen, ist natürlich schon etwas, wo wir in allen Leben wirklich als einzige Organisation überhaupt sagen können, wir begleiten die Menschen von der Vordergeburt bis zum letzten Tag, wo sie mit unserer Begleitung leider das Leben verlieren. Und wir sind eine der größten Spendenorganisationen, die es überhaupt gibt. Nur, dass Sie sich einen Begriff machen können, wir unterstützen einzelne Personen, das sind ungefähr 100 Personen im Jahr. Wir unterstützen Familien in Not. Wir haben während des Jahres verschiedene Aktionen. Diese Aktion beginnt beispielsweise immer mit dem Schulstart, wo wir eine Schulstartaktion haben und natürlich unterstützen wir Kinder und deren Familien, weil Schulstart kostet. Dann haben wir einen Spendentisch gegen Armut. In jedem Bezirk mehrere Gasthäuser, die an bestimmten Tagen bestimmte Tische gratis zum Essen einladen. Gratis heißt, wir kriegen das Geld. Zu Weihnachten ist eins unserer Höhepunkte. Wir verstenken jedes Jahr mit Hilfe vieler Forstbetriebe mehr als 50 Christbäume. Voriges Jahr waren es beispielsweise 70, Großteil im Südburgenland. Das ist die Christbaumaktion. Und Weihnachten überhaupt, wo wir alleine im ganzen Burgenland über 250 Kinder im Vorjahr, Jesus, Entschuldigung, im Vorjahr, ja, den Gabentisch gedeckt haben, die sonst keine Geschenke bekommen haben. Aber ich darf noch einmal anbieten, Sie bekommen meine gesamte Redeunterlage, wo das alles genau drinnen ist. Was ist heuer passiert? Jetzt sind wir das immer gewohnt. Ich unterschreibe in der Regel drei bis fünf, wir haben mehrere schon fix mit der Volkshilfe in Eisenstadt, während der Woche tägliche Telefonate. Das ist ein Riesenbetrieb in Wirklichkeit mit viel Verantwortung. Aber das bin ich gewohnt, dass ich drei bis fünf Spenden, Ansuchen in der Woche unterschreibe. Die werden dreifach geprüft. Und österreichweit ist die ehemalige, also vom ehemaligen Bundespräsident die Frau, unsere Schutzherrin, die sehr großen Wert darauf legt, dass das dreifach geprüft wird. Wir prüfen über die Gemeinde, wir prüfen natürlich über die BH, wir prüfen über die Volkshilfe selbst, ob die Spendenwürdigkeit gegeben ist. Das muss alles dreifach durchargumentiert sein. Einkommen, Lebenssituation, Ausgaben. Und dann können wir erst sagen, wir können unterstützen. Aber, was mir ganz wichtig ist zu betonen, ich weiß selber, weil ich schon tausend Menschen helfen habe können in den letzten 30 Jahren, dass es schnell gehen muss. Wir kriegen Anrufe und wir werden Ihnen einige Beispiele dann sagen. Ich kriege oft selber Anrufe, die sagen, ich gebe es ehrlich zu, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich habe meine Stromrechnung schon länger nicht bezahlt. Jetzt weiß ich, dass die Burgenlandenergie sehr sozial ist. Aber das sind meistens so fünf nach zwölf Anrufe. Oder ich kann die Miete nicht zahlen und ich habe eh schon fünf Ermahnungen gehabt und sieben Mieten habe ich ausständig. Und da sind auch die Genossenschaften sehr großzügig. Im Burgenland ist der Vorteil eines kleines Bundeslandes. Nur irgendwann reicht es denen auch und irgendwann einmal muss bezahlt werden. Da müssen wir innerhalb teilweise von drei bis fünf Tagen reagieren. Wir haben Anrufe und deswegen freue ich mich so, Sie waren ja alle dabei, als ich von der Haustechnik Güssingen über 120 Elektrogeräte gekriegt habe. Ich kann Ihnen sagen, die waren bald weg. Also wir haben noch mal Restbestände, die bei uns in Güssingen gelagert sind, da wirklich noch mal kleine Restbestände. Die Firma Haustechnik hat sich aber gemeldet und hat gesagt, sie haben mit der Firma Siemens verhandelt, wir kriegen noch welche. Und ich fürchte, wir brauchen sie auch. Da geht es immer darum, ganz, ganz schnell zu sein. Und das ist nicht selten der Fall, dass ich dann von der Volkshilfe ein Kuvert mitkriege und das selber überreiche. Aber, ich sage ganz klar, wir schauen, dass wir Gutscheine vergeben oder die Rechnung selber bezahlen. Selten geben wir Bargeld, ganz selten. Nämlich je nach, wo sind die Schulden, nach Notwendigkeit. Und da sind wir innerhalb einer Woche da. Und genau um das geht es. Weil wenn jemand so einen Mieterrückstand hat, dann irgendwann, wie gesagt, reicht es den verschiedenen Genossenschaften. Und dann müssen wir schnell sein, weil die müssen ausziehen. Und daher zahlen wir dann beispielsweise gleich dort die Rechnungen ein. Das Land Burgenland, und das möchte ich schon betonen, gehört ja verschiedene Hilfsfonds. Ganz verschiedene. Der bekannteste ist der Hiebelfonds. Heißt Hilfe in besonderen Lebenslagen. Hiebel. Hilfe in besonderen Lebenslagen. Das geht über die Jugendwohlfahrt, das geht über das Sozialamt, der jeweiligen PH. Das dauert halt nur länger, weil das einen Amtszweck hat. Und da versuchen wir eben ganz schnell zu sein und sind natürlich kommunizierende Gefäße. Nur was ist heuer passiert. Durch Corona haben wir doppelt und in manchen Bezirken dreifach, auch aus dem Südburgenland, dreifach so viele Nachfragen, hilft es uns. Und da tun wir uns natürlich schwer. Ich darf auch dazu sagen, dass die Höchstgrenze unserer Spendenauszahlungen, je nach Fall, aber höchstens 500 Euro ist. Wir können eine Tausende hergeben, die haben wir nicht. Und diese besonderen Fälle, die dann Tausende Euro brauchen, kommen dann in Hiebelfonds oder andere. Unsere durchschnittliche Auszahlung sind 350 Euro. Die höchsten sind 500. Aber genau die, die wirken dann wunderbar, wenn sie schnell sind. Weil da geht es dann ganz schnell und wir können beispielsweise Einkaufsgutscheine sofort hinbringen oder eben Rechnungen sofort bezahlen innerhalb von einer Woche. Was ist passiert durch die Corona-Krise? Das Thema Kinderarmut ist größer geworden. Denn gerade Kinder, und da wird die Frau Stangl dann dazu noch ausführen, merken es natürlich am schnellsten. Beispielsweise, wenn die Kinder beziehungsweise Schüler dann keinen Laptop haben und nicht die Hausübung per Videokonferenz oder am Laptop die Hausaufgaben kriegen und beantworten sollen. Die haben keinen Laptop. Und das ist etwas, was man manchmal ein bisschen schreckt, weil sich halt Armut so gut versteckt. Na, glaubst du, dass du einer dieser Eltern das Groß- oder das Kind sagt, erst darf ich zu dir kommen und dein benutzen oder kannst mir den bohren oder habt ihr vielleicht zwei und du kannst mir einen bohren, das gibt es nicht. Ganz selten. Nur dann, wenn wirklich Vertraulichkeit und Freundschaft da ist. Die rufen halt dann an und sagen, hab's nicht am Laptop. Da habe ich mich zusammengeschlossen in den letzten Wochen mit den Kinderfreunden und wir haben da gemeinsam geschaut, dass es Laptops gibt. Aber viele trauen sich nicht einmal rühren. Ich kriege das also sehr massiv mit über Lehrer und Lehrerinnen, die dann irgendwann drauf kommen, aha, die liefern nichts. Und dann anrufen und sagen, was ist bei euch. Und dann müssen sie irgendwo Farbe bekennen und sagen, wir haben keinen. Also auch das ist etwas, was bei Kindern ankommt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass die Kinder in diesen armutsgefährdeten Familien ja genau die sind, die auch sonst Probleme haben und meistens auch nicht Kinder sind, die von den Eltern sehr gefährdet werden können. Und da ist Corona natürlich schon ein wahnsinniger Einbruch. Und ich bin absolut dafür, ich weiß, dass das nicht alle gerne hören, auch Eltern nicht, dass die wieder in die Schule kommen. Weil die können zu Hause, und das ist kein Vorwurf an die Eltern, ich bin selber ausgebildete Pädagogin, erstens einmal sind die Anforderungen der Schule sehr hoch, wo sowieso nicht alle Eltern einsteigen können, sondern eher aussteigen. Und zum Zweiten können sie es einfach nicht leisten, weil es weder ausgebildete Pädagogen sind, noch teilweise eben die technische Ausstattung haben. Jetzt werden Sie sagen, wie schaut es im Burgenland aus? Wir haben circa, es gibt ja den Armutsbericht, der Armutskonferenz, wir haben vom Land her Zahlen, Soziallandesrat hat die, wir haben sie in der Regierung, ich habe aber meinen eigenen auch über die Volkshilfe Österreich, weil die natürlich jedes Jahr auch einen Armutsparameter und der Herr Bundesgeschäftsführer und Direktor der Volkshilfe, Fenninger ist Ihnen ein Begriff, der sehr massiv seit vielen Jahrzehnten einsetzt. Und wir wissen aus beiden Berichten, dass wir in etwa von circa 50.000 armutsgefährdeten Personen im Burgenland rechnen. Österreichweit sind es 1,5 Millionen. Heruntergebrochen gilt für das Burgenland, wie für alle anderen Bundesländer, in etwa 19 bis 20 Prozent der Menschen. Also wir haben circa 50.000 armutsgefährdete Personen. Jetzt werden sie sagen, super, aber ich meine, gibt es da kein Zoll? Nein, das gibt es ja nicht. Weil niemand schreit, ich bin arm, ich habe nichts. Sondern das sind immer nur Erhebungen aufgrund des Einkommens, wie viele Mindestbezieherinnen gibt es, wie viele alleinerziehende Väter und Mütter gibt es und aufgrund dieser Parameter oder wie viele geringe Einkommen gibt es. Und jetzt steigt das natürlich, weil es jetzt viel, viel mehr Menschen gibt, die arbeitslos sind oder in Kurzarbeit. Und das können Sie sich eh vorstellen. Wenn allein im Bezirk Güssing, und das schlägt sich auch im Bezirk Oberwart nieder, und im Bezirk Jennersdorf ein Anstieg von 80 Prozent in der Arbeitslosigkeit sind. Ganz konkret Burgenland, Bezirk Güssing, 86,3 Prozent. Das ist natürlich schon ein Wahnsinn. Wie viele Kinder sind das? Nämlich kleinere Kinder, weil Jugendliche leiden genauso darunter. Vor allem die in Ausbildung, aber auch die, die eine Lehre machen oder selber arbeitslos sind. Bis zu 14 Jahren sind das 6.000 Kinder im Jahr. Von 0 bis 14 Jahren, die wirklich akut armutsgefährdet sind. Es gibt einen zweiten Parameter in der Sozialarbeit, der heißt in der Nähe der Armutsgefährdung. Die haben wir gar nicht dazugerechnet, weil dann haben wir nochmal das Doppelte so viel. Aber die sind akut in der Armutsfalle. 6.000 Kinder. Ja, natürlich merken Kinder, und das ist etwas, was in der Pädagogik und in eurer Arbeit, wo ihr Familien betreut, wir betreuen im Schnitt 150 Kinder pro Jahr, also Familien, über die Familienintensivbetreuung. Ich bin überzeugt, dass die auch nach oben gehen werden jetzt, dass die Jugendwohlfahrt uns sicherlich noch mehr Familienintensivbetreuung geben wird. Und was uns sehr stark auffällt, Eltern versuchen natürlich, sehr lange den Kindern vorzumachen, es läuft eh rund. Es geht uns gut. Die Kinder merken das natürlich. Am ersten Schulanfang im Kindergarten, man hört manche von oben bis unten mit Markenware, bitte ich nicht, es war nur ein Wink, Kasse Markenware, weil die dreimal so viel kostet und nicht notwendig ist. Und weil ich weiß, dass Menschen, die armutgefährdet sind, dann wegen der Arbeit steht, dreimal so viel kostet, die können sich das nicht leisten. Kinder merken das am Schulanfang, weil da haben sie halt nicht, die gerade rosa oder was weiß ich, in die Tasche und so weiter und so fort. Kinder merken das. Und sie müssen sich vorstellen, dass das natürlich auch auf die Psyche der Kinder niederschlägt. Und die Corona-Angst noch dazu, also das ist schon etwas, was Kinder, fürchte ich, schon auch in das Erwachsenenleben mitnehmen. Und da muss man jetzt viel tun in den nächsten Jahren, die mit Corona aus dem Kopf, ich habe da Gespräche mit Kindern, sage ich ehrlich, das erschreckt mich. Die haben die Panik, zur Oma zu gehen oder in die Küche zu gehen, obwohl sie Hunger haben und trauen sie nicht in die Küche, weil sie sagen, naja, vielleicht stecke die Oma an oder die Oma an mich. Also, schon ein bisschen schwierig und ich finde, dass diese Angstmacherei völlig überzogen ist. Das ist nicht normal. Und der Erwachsener, der wird schon irgendwie fertig. Aber ein Kind, Sie können sich vorstellen, wenn Kinder im eigenen Haushalt teilweise mit eigenen Eltern mit Masken herumlaufen. Also völlig überzogen. Die Arbeitslosenzahlen sind so, wie sie sind. Und wie vorher schon gesagt, die Zahl ist Horror, ist wirklich sehr, sehr besonderlich. Sorgen ist erregend. Und was das große Thema ist, und letzte Woche waren ja einige bei mir auch mit dabei bei der Pressekonferenz, dass viele Betriebe überlegen, überhaupt noch einmal aufzusperren. Das ist das große Thema. Seit Mitte Wert geht, und jetzt möchte ich dann übergeben, geht bei uns das Spendenanzugnis wert in die Höhe, dass ich klar sagen muss, wir haben fast kein Geld mehr. Und ich werde mit der heutigen Pressekonferenz auch wirklich aufrufen und sagen, schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. Wenn wir unsere Spendentöpfe nicht füllen können, müssen wir ganz ehrlich sagen, dass wir in einem Monat fertig gefahren sind. Obwohl wir jene Spendenorganisationen sind, die wirklich viel gering, wenn die Menschen uns vertrauen, weil sie uns begleiten, weil wir immer wieder auch öffentlich und transparent machen, wie unsere Gelder vergeben werden. Dieses dreifache Drüberschauen-Verfahren und so weiter. Wir sind natürlich auch ausgestattet mit dem Spendegütesiegel. Das heißt, die Menschen, und wir kriegen auch von Firmen oft, vor allem aber auch sozusagen Hardware, wie Laptops und sonstige, kriegen wir viel geschenkt oder eben von der Haustechnik. Natürlich ist das klar, dass das auch von den einzelnen privaten Personen und von den Firmen dann beim Finanzamt als Spendegütesiegel abgezogen wird. Ich habe zwei Beispiele, vier Beispiele vorbereitet und ich darf dann an die Nicole Stangl weitergeben. Ich habe vorher schon ein paar Beispiele gesagt und bei mir ist es so, dass halt die Menschen wissen, dass sie offene Ohren haben. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Beispiele. Ich habe vier herausgesucht. Ein Fall, der mir begegnet ist, Kinder sind vorhause als chronisch nierenkrank. Das gibt es genetisch auch. ist mitgegeben. Einer der Kinder ist noch dazu schwerhörig, benötigt ein Hörgerät und ständige Therapiemaßnahmen. Übrigens südburgenländische vier Schicksale. Da ist der Vater arbeitslos geworden. Die Mutter ist zu Hause, weil es mehrere Kinder gibt. Die wissen nicht mehr weiter. Zweite Geschichte. Die Frau hat nach der Scheidung das Haus mit Schulden behalten. Es gibt hunderte Beispiele im Burgenland. Zwei oder drei Kinder sind noch in Ausbildung. Die Frau hat neben dieser Kinder gearbeitet, die immer als Kellnerin zu arbeitslos sind. Die wissen nicht, ob. Das hat mich sehr betroffen. Und denen haben wir jetzt geholfen. Aber auch natürlich nicht mit so viel, was sie brauchen. Aber über die erste Hürde, da ist gerade, und die sind so stolz, dass eine Tochter auf eine FH geht. Das kostet. Gott sei Dank mit Studiengebühren, aber alles andere. dass die auf alle Fälle im Herbst weitermachen kann. Das war mir so persönlich auch wichtig. Familie drei, Tochter benötigt Nachhilfe. Nachhilfe vorbei, beide Eltern in Kurzarbeit. Ohne Nachhilfe wird diese Tochter aber die Pflichtschule positiv nicht beenden können. Oder Familie vier, ich sage, sie kriegen das, so ist es eh von mir. Geld reicht nicht einmal mehr für Lebensmittel. Alleinerziehend Kinder, kleine Kinder von Haus aus in Teilzeitjob, Arbeitslosengeld, vernichtend klein, haben keine Lebensmittel mehr und denen haben wir jetzt Lebensmittelgutscheine relativ, weil wir immer wieder welche kriegen, übergeben können. Denen haben wir wirklich nachhaltig helfen können. Die haben wir jetzt wieder in Kohlschrank voll. Übrigens, die gleiche Familie bekam auch ein Elektro, ein Elektrohaushaltsgerät. Alleine seit März, Mitte März, und das ist nicht so lange her, haben wir 70 Familien mit Spendenmitteln unterstützt. Jetzt rede ich aber mit, sag zu, mit 10. Mai, da haben wir unsere Kassen sozusagen schon halbwegs leer gefunden. Also allein von Mitte März bis 10. Mai, das sind nicht einmal zwei Monate, wo man 70 Mal teilweise auch höhere Spenden ausgezahlt oder Lebensmittelgutscheine und, und, und herausgegeben. Ich habe vorher schon gesagt, ohne Spenden, und die erreichen höchstens eben noch einige Wochen, haben wir fertig gefahren, weil wir einfach dieser Flut von Spenden, Anforderungen nicht mehr gerecht werden können. Deswegen starten wir heute offiziell mit dem Spendenaufruf und ich bin sicher, dass uns die Menschen vertrauen werden und dass wir einfach schauen müssen, dass wir wieder mehr Mittel kriegen und dann diese Mittel auch weitergeben können. Ja, ich darf weitergeben an die Nicole Stange mit der Bitte, dass Sie Ihre Arbeit vielleicht auch ein bisschen und Ihre Ausbildung beschreiben. Ich darf Sie auch begrüßen. Ich bin eben, wie schon gesagt, die Leitung der Familienbetreuung der Mobilen eben. Ich bin selber Pädagogin, arbeite eben mit Großteils armutsgefährdeten Familien. Es ist einfach so, dass in den Familien, also die Kinder aus diesen armutsgefährdeten Familien meist auch sozial, eine soziale Ausgrenzung erfahren und sie natürlich unter dieser Situation sehr, sehr leiden. Man muss sich vorstellen, die Kinder können sich zu Weihnachten, zu Ostern nicht diese Geschenke leisten wie andere altersadäquate Kinder, kommen dann wieder nach den Ferien in die Schule und können nicht erzählen, sie haben, keine Ahnung, eine Playstation 4 bekommen zu Weihnachten oder irgendein anderes tolles Gerät. Dann ist es auch so, dass es meistens der Fall ist, dass sie nicht die gleichen Chancen haben auf ein anderes Leben. Wir haben zum Beispiel eine Familie, wo das Mädchen in eine wirtschaftlich höhere Schule gehen wollte. Es war so, in einer Fachschule für wirtschaftliche Berufe braucht man eben am Anfang des Schuljahres einen Laptop, dann das Gewand, das Küchengewand, das Kochgewand, das Messerset und das sind alles Anschaffungen innerhalb von einem Monat, die einfach Familien, die eh nichts haben, sage ich mal so, oder sehr wenig haben, noch weit in ein Loch wirft. Das Mädchen hat dann natürlich einen anderen Weg gewählt, hat dann die Polytechnische Schule gemacht und macht jetzt eine Kochausbildung, aber das ist eben etwas ganz anderes, als sie eigentlich wollte. Weiters, eben wie auch schon erwähnt, die Kinder haben großteils Schulanfang das ganze Jahr nicht das Markengewand, das andere vielleicht haben und das fällt den Kindern auch auf, weil die kommen nicht in die Schule mit dem oder dem neuen Turnschuh oder dem neuesten Handy oder keine Ahnung, also das gibt es einfach nicht. Und was sehr, also was ihm sehr auffällt, ist eben auch bei den kleineren Kindern, bei den Kindergartenkindern schon, die können sich keine Geburtstagsfeiern bei McDonalds oder so. Wünsche sind da, aber es geht einfach nicht oder im Kinderburgenland oder einfach, das geht einfach nicht. Und natürlich die Folge daraus ist, wenn die keine Geburtstagsfeier machen, werden auch sie großteils nicht mehr eingeladen. Und wie gesagt, dann ist eben diese soziale Ausgrenzung noch mehr vorhanden und die Kinder spüren das auch. es ist auch, was wir teilweise nicht vorstellen können, die Kinder haben keine eigenen Zimmer, die teilen sich mit den Geschwistern das Schlafzimmer und dann die Eltern schlafen vielleicht schon im Wohnzimmer, also das ist eh schon, haben dann auch keine Rückzugsmöglichkeiten. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, bei einem pubertierenden Kind, das sich nicht zurückziehen kann oder einmal für sich sein kann oder vielleicht auch lernen muss, wenn dann die kleinen Kinder vielleicht neben spielen, das ist natürlich störend und natürlich schlimm eigentlich. Teilweise, was ich auch so mitbekomme, bekommen die Kinder kein Taschengeld, die können nicht in der Jausenpause in der Schule zum Bäcker laufen und sich ein Gepäck kaufen oder ein Wurstsemmel oder ein Schnitzelsemmel oder sonstiges. Das ist einfach nicht vorhanden, das Geld. Jetzt im Sommer wird es wieder so sein, dass die Kinder nicht ins Freibad können, so wie sie wollen, weil das Geld einfach fehlt. Die können nicht ins Kino gehen mit Freunden. Es geht sich einfach großteils nicht aus. Und zum Muttertag waren dieses Jahr durch Corona eh eingeschränkt, dass man essen gehen kann, aber die können sich diese Dinge nicht leisten. Das ist für einen von uns unvorstellbar, aber das geht einfach nicht. bei denen, die sparen schon zusammen, dass sie vielleicht einmal im Sommer gemeinsam auf ein größeres Eis gehen, dass sie mal zumindest eine Aktion haben mit der Familie. Die können nicht in den Tierpark oder eben genau diese Dinge oder es fehlt oft auch und das darf man nicht vergessen, an der Mobilität. Also wie wir im Südburgenland wissen, es gibt nicht viele Busse oder so, die können eben dann nicht von den Eltern von Punkt A nach Punkt B gebracht werden und oft sind die Freunde aber nicht im Nachbarort oder ja und das sind halt sehr große Schwierigkeiten, die auch auf die Kinder und vor allem auch auf die Familien zukommen und die Kinder natürlich das am meisten spüren. Dann ist es noch eben, was auch immer in der Schule ist, sie können nicht an der Schulwoche, an diesen Schulwochen teilnehmen. Das ist nicht nur, ja okay, man sagt, dann sollen sie beim Elternverein ansuchen, ja, aber es fehlt ja nicht nur an dem dann. Die Kinder brauchen dort ein Geld mit, die Kinder brauchen genügend Gewand. Das ist oft nicht so, dass die Kinder für 10 Tage Gewand haben genügend. Das ist nicht vorhanden. Ich würde eben auch bitten, dass man eben wieder ein bisschen schaut, vielleicht ist es möglich, wenn es auch nur ein kleiner Teilbetrag ist, etwas zu spenden. Das wäre ein großes Anliegen, um auch den Familien und den Kindern ein bisschen wieder Hoffnung zu geben. Wie gesagt, wir haben auch sehr viele Familien, die in der Betreuung sind, wo die Eltern leider Gottes eben durch Corona auch den Job verloren beziehungsweise auf Kurzarbeit sind und wenn das Geld vorhin schon nicht gereicht hat, dann glaube ich, kann sich das ja jeder ausrechnen, wie es jetzt dann ausschaut. Danke. Ja.